Du kennst das bestimmt, zumindest wenn du Raucher bist, bei starkem Wind draußen die Kippe anzünden mit einem normalen Gasfeuerzeug, sehr schwierig. Die Flamme geht einfach immer wieder aus, das normale Feuerzeug versagt hier komplett. Dabei ist die Lösung so einfach, alles was du brauchst ist mal ein ordentliches Sturmfeuerzeug. Hier unser Storm Pocket Leiter mit Mikro-Gasbrenner und einer völlig windresistenten Flamme, damit klappt es einfach immer, garantiert. Und es sieht auch gut aus, die schwarze Softgrip-Oberfläche liegt super in der Hand, das ganze Ding wiegt nur 35 Gramm und wenn es mal leer ist, kannst du es mit jedem handelsüblichen Feuerzeuggas nachfüllen, immer und immer wieder. Das gute Teil kannst du nahezug ewig nutzen, soll dir kein Haushalt fehlen, du bekommst es im Survival Pro Online Shop www.survival-pro.de